Tag 1 an Bord der MS Romantica der Holland Norway Lines und wir schauen uns erstmal auf der Karte an wo wir heute unterwegs sein werden. Wir werden also in Emshaven in den Niederlanden starten und in Richtung Christiansandt in Norwegen fahren, wo wir dann morgen ankommen werden. Wir beginnen also mit dem Check-In. Die Anreise erfolgt hier ganz bequem mit der Bahn. Der Bahnhof von Emshaven ist nur ein ganz kurzes Stück vom Terminal entfernt. Ihr seht sie auch schon, die Reederei bietet auch einen Shuttle an, allerdings war das ein kleiner Bus und es waren. Dafür, dass die Linie noch so neu ist, erstaunlich viele Menschen unterwegs und haben wir uns dazu entschieden, nicht auf die zweite Fahrt zu warten, sondern eben das kurze Stück zu laufen. Hier sind wir jetzt auch schon im Terminal nach dem Check-In. Dort muss man leider eine ganze Weile warten. Es werden erst die Fahrzeuge an Bord gebracht und dann gehen die Fußpassagiere an Bord, denn hier geht man tatsächlich sehr ungewöhnlich und ziemlich beeindruckend durch die Bugklappe an Bord. Also es gibt hier keine extra Gangway für Fußpassagiere, sondern man nutzt auch die Autorampe und das geht natürlich aus Sicherheitsgründen nicht parallel mit den Fahrzeugen. Deswegen werden hier erst die Fahrzeuge an Bord gebracht und dann folgen die Fußpassagiere. Hier sehen wir auch schon unsere Kabine. Wir haben uns wieder für das einfachste Modell entschieden, eine Innenkabine. Das reicht bei so Mini-Kreuzfahrten eigentlich vollkommen aus und die Kabine gut ausgestattet mit einem, ich würde mal sagen, typischen Bad. Eine Fähre und auch die Kabine. Schick, zweckmäßig, alles vorhanden. Hier eine kleine Ablage unterm Bett, Leselicht, eine kleine Schreibtischecke mit Steckdosen. Diese also auch verfügbar. Drei Stück in der Kabine plus eine im Bad. Dann haben wir hier noch einen kleinen Bereich, wo man mal eine Jacke aufhängen kann. Ansonsten Kleiderschrank oder sowas gibt es für die kurze Fahrt natürlich nicht. Und auch ein Fernseher ist vorhanden. Und dann sind wir auch schon auf die Außendecks gegangen, um das Auslaufen zu beobachten. Hier lag auch gleichzeitig die Disney Wish, die ganz neu gebaut wurde, damals auf der Meierwerft. Und Schiffe, die auf der Meierwerft gebaut werden, gehen dann immer noch mal hier nach Emshafen zur Endausrüstung. Da kommen dann noch die letzten Gegenstände an Bord. Von hier aus starten dann teilweise auch noch die Sea Trials, also die Probefahrten sozusagen. Und wir starten jetzt auch, legen hier ab. Ziemlich enges Hafenbecken, passt gerade so rein die Romantika, sodass wir hier beim Anlegen später dann sogar eine Schlepper als Hilfe benötigen. Dann geht es langsam raus hier aus dem Hafenbecken. Alles sehr industriell, also nicht sonderlich spektakulär. Deswegen sind wir dann auch relativ schnell für einen kurzen Kaffee ins Coffee & Co. gegangen, dann aber noch mal nach draußen gegangen, denn ein gutes Stück nach dem Ablegen fahren wir an der Insel Borkum vorbei. Deswegen ist euch Emshafen vielleicht auch ein Begriff, denn auch schon vor der Holland-Norweg-Lines war Emshafen ein Fährhafen, denn von hier aus starten auch Fähren nach Borkum. Also nicht nur von der deutschen Seite aus, sondern auch von Emshafen aus kann man nach Borkum fahren. Den restlichen Tag haben wir dann gemütlich an Bord verbracht. Erstmal hier in der Romantika-Lounge mit einem Gin Tonic und dann war es langsam auch schon Zeit für das Abendessen. Um möglichst alles hier an Bord mal ausprobieren zu können, haben wir das Abendessen schon vorgebucht und zwar im Grande Buffet, also dem großen Buffet-Restaurant. Und ihr seht hier auch mal einen kurzen Blick über das Buffet. Also da ist wirklich sehr, sehr viel aufgebaut. Gerade wenn man bedenkt, dass wir uns hier auf einer Fähre befinden, ist das wirklich ein sehr, sehr tolles Angebot. Und sehr schön Getränke auch mit dabei im Preis. Also ihr könnt euch hier Getränke selber zapfen, sogar Wein kann man sich zapfen. Also alles vorhanden. Und ihr seht es hier, glaube ich, am Lachs auch ganz gut. Die Qualität der Produkte ist auch sehr, sehr hoch. Also das war wirklich sehr lecker alles und wirklich eine riesengroße Auswahl. Da war ich sehr positiv überrascht. Und ja, das Ganze noch mit so einem tollen Ausblick. Was will man eigentlich mehr? Und den restlichen Abend, den haben wir dann im Starlight Palace verbracht. Bei einem wunderschönen Sonnenuntergang mit Live-Musik von einer vierköpfigen Band. Und zwar wirklich gute Stimmung wurde da verbreitet. Die haben also 80er, Evergreens und ähnliches gespielt. Also da war wirklich sehr, sehr gute Stimmung drin. Auch das wieder absolutes Kreuzfahrtniveau. Diese Band hätte genauso gut auf jedem Kreuzfahrtschiff spielen können. Also das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Und man muss auch sagen, dass ein Großteil der Gäste hier an Bord der Romantica Mini-Kreuzfahrt-Gäste waren. Also die, genauso wie wir, am selben Tag von Christian Sand dann wieder zurückgefahren sind. Ansonsten natürlich die Fährroute auch sehr interessant für alle Niederländer, die Richtung Norwegen wollen und zum Beispiel den Wohnwagen mitnehmen. Denn da musste man bisher eben entweder quer durch Dänemark fahren oder bis nach Kiel, um die Kollerline zu nutzen. Und so kann man sich wirklich sehr viel Strecke fahren. Deswegen war die Fähre auch sehr voll gut ausgelastet. Also das Angebot wird hier scheinbar sehr gut angenommen. Das war's für dieses Video. Im nächsten Video seht ihr dann Tag 2 in Christian Sand. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video dann kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder auch in geteilten Links erfreuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.